Wo Obsidian draufsteht, stecken meist erstklassige Rollenspiele drin. Logisch also, dass die Erwartungen an The Outer Worlds ziemlich hoch sind, auch bei mir. Vor allem, weil das Teil oft als eine Art geistiger Nachfolger zu Fallout New Vegas gehandelt wird. Ob da was dran ist und wie sich das Action-RPG überhaupt spielt, konnte ich mir vor kurzem endlich mal selbst anschauen. Bei einem Hands-On-Event durfte ich den Einstieg sowie eine Stunde aus einem späteren Abschnitt ausprobieren und eigenes Videomaterial aufnehmen. Nicht wundern, vom Spielbeginn darf ich euch leider gar nichts zeigen oder erzählen, die Entwickler wollen diesen Part nämlich nicht spoilern. Nur so viel darf ich sagen, der Anfang inklusive Charaktererstellung ist ziemlich stimmungsvoll und vor allem witzig geraten. Was auch daran liegt, dass sich The Outer Worlds nicht übertrieben ernst nimmt. Im Gegensatz zu einem Mass Effect Andromeda erwartet euch hier ein etwas abgefahrenes, farbenfrohes und eher ausgelassenes Sci-Fi-Setting. Darin entwirft Obsidian eine Zukunft, in der die Menschheit nur noch von profitsüchtigen Konzernen regiert wird. Und die fassen irgendwann den Beschluss, einen fremden Planeten bewohnbar zu machen und dort eine Kolonie zu gründen. Das Terraforming geht aber erstmal ordentlich schief, Flora und Fauna mutieren und so wird die neue Welt kurzerhand wieder aufgegeben. Ein zweiter Anlauf auf einem benachbarten Planeten entpuppt sich dafür als Erfolg. Mit dem Ergebnis, dass wir nun zwei völlig unterschiedliche Kolonien haben, nämlich Halcyon und Monarch. Deren Bewohner können sich gegenseitig nicht ausstehen und so kämpfen dort nun mehrere Fraktionen um Macht und Einfluss. Und da kommt natürlich ihr ins Spiel. Als Neuzugang könnt ihr beide Kolonien erforschen, für verschiedene Seitenarbeiten, Allianzen schmieden und dabei für ordentlich Chaos sorgen. Obsidian-typisch sollen eure Entscheidungen weitreichende Konsequenzen haben und am Ende das gesamte Machtgefüge in dem Sektor beeinflussen. In meiner Spielzeit war ich auf Monarch unterwegs, der ersten Kolonie, bei der das Terraforming für riesige Pilzwälder und eine mächtig aggressive Tierwelt gesorgt hat. Wer sich bei diesen Spielszenen an Fallout New Vegas erinnert fühlt, liegt tatsächlich nicht so falsch, denn die Spiele haben viele Gemeinsamkeiten. Der vielleicht wichtigste Unterschied ist aber, dass The Outer Worlds keine riesige Open World mit aberdutzenden Spielstunden bieten soll. Obsidian arbeitet mit einem vergleichsweise kleinen Budget. Eine gewaltige Sandbox wie in Fallout ist da einfach nicht drin. Stattdessen erkundet ihr handgemachte, weitläufige Areale, inklusive Tag- und Nachtwechseln, versteckte Orte und verschiedener Städte und Siedlungen. Die dürft ihr später per Schnellreise auch direkt ansteuern, sofern ihr sie einmal zu Fuß erreicht habt. In der Wildnis warten jede Menge Gegner, die ihr in klassischer Shooter-Manier von der Bildfläche putzt. Eine Verfolgeransicht wie in Fallout gibt's hier nicht, ihr müsst also mit der Ego-Perspektive klarkommen. Die Schießereien spielen sich ganz ordentlich und machen Spaß, erwartet aber lieber keinen vollwertigen Shooter. Mit dem druckvollen Treffer-Feedback von Doom, Destiny oder Wolfenstein kann und will The Outer Worlds nicht konkurrieren. Das merkt man auch an der Fein-KI, die sich in meiner Spielzeit immer wieder kleine Aussetzer leistet. In einem Shooter wäre das sicher ein Problem, in einem Rollenspiel kann ich aber locker darüber hinwegsehen. Das VATS-System aus Fallout gibt's hier nicht. Stattdessen kommt in The Outer Worlds eine Zeitlupen-Funktion zum Einsatz, die ihr beliebig oft anwerfen könnt und die danach nur einen Moment braucht, um sich wieder aufzuladen. In diesem Modus könnt ihr Schwachpunkte eurer Gegner leichter anvisieren oder Angriffen ausweichen. Außerdem erhaltet ihr zusätzliche Infos zu eurem Ziel. Das Angebot aus Nah- und Fernkampfwaffen fällt scheinbar ziemlich groß aus. In meiner Spielzeit konnte ich schon jede Menge Schwerter und Hightech-Kollen, sowie Pistolen, Scharfschützengewehre, Blitz- und Flammenwerfer und eine mächtige Plasmakanone ausprobieren. Zusätzlich darf man Rüstungen und Helme anlegen. Auch da scheint es eine ganz ordentliche Auswahl zu geben, auch wenn das Ganze nicht allzu tiefgängig aussieht. Gegenstände verschleißen allerdings mit der Zeit und müssen repariert werden. Außerdem könnt ihr eure Ausrüstung an einer Werkbank modifizieren und somit Bonuseffekten aufpeppen. Wie in New Vegas könnt ihr bis zu zwei NPC-Begleiter mitnehmen, die euch im Kampf automatisch unterstützen. Ihr dürft beide Kameraden mit Waffen und Rüstung ausstatten, außerdem lernen sie aktive Fähigkeiten, die ihr manuell auslösen könnt. Zum Beispiel ein blitzgeladener Nahkampfangriff, der Feinde in der Nähe betäuben kann. Sowas haut zwar ordentlich rein und lässt sich auch ziemlich oft einsetzen, hat mit Taktik aber nicht viel zu tun. Mal gucken, ob das fertige Spiel hier noch ein bisschen knackigere Auseinandersetzungen auf Lager hat, in denen man seine Skills auch etwas überlegter einsetzen muss. Was es auf jeden Fall geben wird, sind Begleitermissionen, in denen ihr eure Kumpels besser kennenlernt. Romanzen und Sex spielen dagegen keine Rolle. Sowas hätte laut Obsidian einfach zu viele Ressourcen verschlungen. Die Entwickler wollen sich stattdessen lieber aufs Wesentliche konzentrieren und ihre ganzen Stärken als Geschichtenerzähler ausspielen. Davon habe ich in meiner Spielzeit auch schon einiges mitbekommen. Vor allem die oft witzigen Dialoge mit den schrulligen Charakteren machen richtig Spaß. Hier gibt es praktisch immer mehrere Antwortmöglichkeiten, von nett und verschlagen bis hin zu plump und aggressiv. Außerdem kommen auch eure Attribute und Perks zum Einsatz, die weitere Dialogoptionen ermöglichen. Sprachausgabe gibt es zwar ausschließlich auf Englisch, die Sprecher machen aber zumindest einen prima Job und auch die deutschen Texte, die ich bislang gesehen habe, fangen den Humor des Originals gut ein. Dass eure Hauptfigur selbst nicht vertont ist, dürfte vielleicht nicht jedermanns Sache sein. Mir persönlich gefällt die Entscheidung aber gut. Schon allein, weil die Dialoge dadurch deutlich mehr an Fallout 3, New Vegas oder Vampire Bloodlines erinnern, die ich zum Beispiel atmosphärischer fand als das voll vertonte Fallout 4. Aber dazu gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Was ihr darüber denkt, könnt ihr mir wie immer gerne als Kommentar unter diesem Video schreiben. Obsidian-typisch habe ich in vielen Dialogen mehrere Möglichkeiten, um ein Problem zu lösen. Man kann sein Gegenüber um den Finger wickeln, bedrohen, bestechen, überlisten oder einfach dreist anlügen. Neben Kämpfen und Dialogen ist auch Schleichen oft eine Option. Ob das aber auch so nützlich und wichtig ausfällt, wie beispielsweise in Deus Ex, kann ich derzeit noch nicht einschätzen. Dafür war meine Spielzeit einfach zu kurz. Werfen wir jetzt mal einen genaueren Blick in den Charakterbogen. Der ist ziemlich simpel gehalten und konzentriert sich auf Basisattribute wie Stärke, Intelligenz oder Charisma. Dazu gibt es auch passive Fertigkeiten, die ihr ebenfalls bei jedem Level-Up steigern könnt. Die unterteilen sich in sieben Kategorien und umfassen mehrere Untertalente. Darunter Schusswaffenexpertise, Ausweichchance, Schleichen, Schlossknacken, Heilung und so weiter. Habt ihr eine Talentgruppe auf Rang 50 hochgelevelt, könnt ihr die spezialisierten Fähigkeiten dann noch einzeln steigern und euren Charakter so noch stärker auf eure Spielweise zuschneiden. Hinzu kommen noch die sogenannten Vorteile, die an die Perks aus Fallout erinnern und ziemlich starke passive Boni umfassen. Darum dürft ihr die zunächst auch nur seltener freischalten. Mehr Vorteilspunkte könnt ihr euch aber auf anderem Wege verdienen. Wenn ihr bestimmten Gegnern häufig begegnet, eine bestimmte Sorte Schaden erleidet oder woanders etwas schief geht, bietet euch die Outer Worlds manchmal an, einen Nachteil in Kauf zu nehmen. In meinem Fall hat mich das Spiel nach einem Kampf gefragt, ob ich eine Schwäche gegen Plasmaschaden akzeptieren will. Als Ausgleich habe ich dann einen Vorteilspunkt bekommen, mit dem ich einen neuen Perk freischalten kann. Wie oft sowas passieren kann, ist übrigens vom gewählten Schwierigkeitsgrad abhängig. Auf der höchsten Stufe dürft ihr zwar mehr Perks verdienen, müsst aber auch Dinge wie Schlaf, Hunger und Durst berücksichtigen. Also vergleichbar mit dem Hardcore-Modus aus Fallout New Vegas. Und auch das kam mir beim Anspielen bekannt vor. Die Levels sind vollgestopft mit Containern und Kisten, in denen ich jede Menge Währung, Crafting-Material und Verbrauchsgegenstände looten kann. Manche Behälter und Türen sind natürlich verschlossen. Doch anders als in Fallout kommen weder beim Schlösserknacken noch beim Hacken von Computer-Terminals irgendwelche Minispiele zum Einsatz. Es genügt also, die erforderlichen Skills einfach hoch genug zu leveln. Was ich in diesem Video leider noch nicht zeigen kann, ist das Raumschiff, das man schon ziemlich früh im Spielverlauf erhält. Das stellt so etwas wie eure Heimatbasis dar, hier könnt ihr mit euren Begleitern oder eurem Schiffskomputer quatschen oder an eurer Ausrüstung rumschrauben. Selber steuern wie in No Man's Sky ist aber nicht möglich und auch Weltallballer-Minispiele wie in Knights of the Old Republic wird es nicht geben. Auch hier ist der Grund dafür denkbar naheliegend, Obsidian will diesmal einfach keine Ressourcen auf halbgare Features verschwenden. Dass uns mit The Outer Worlds nicht direkt ein Grafikwunder bevorsteht, seht ihr in diesem Video ja selbst. Der Stil ist farbenfroh und wie ich finde auch ziemlich stimmungsvoll, aber er ist eben auch nichts Besonderes und technisch ist man im Genre schon lange weiter. Mir persönlich ist das aber ziemlich egal, solange die inneren Werte stimmen und das scheint auch der Fall zu sein. Beim Anspielen haben mir vor allem die Charaktere, Dialoge und die Entscheidungsfreiheit gefallen und das Sci-Fi-Setting verspricht jede Menge Humor. Wenn beim Release keine groben Bugs im Weg stehen, könnte The Outer Worlds also ein ausgesprochen netter Weltalltrip für Solo-Rollenspieler werden, zwar nicht bahnbrechend, aber auf jeden Fall ein Highlight für diesen Herbst. The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One und zu einem späteren Termin auch für die Switch. PC-Käufer müssen das Rollenspiel anfangs über den Epic Game Store oder Microsoft Store beziehen, auf Steam erscheint es nämlich erst mit einem Jahr Verspätung. Hat The Outer Worlds euer Interesse geweckt oder habt ihr euch vom neuen Obsidian-Titel mehr erhofft? Schreibt uns eure Meinung unter diesem Video und wenn euch der Beitrag gefallen hat, freuen wir uns wie immer über ein Abo oder ein Like. Noch mehr Infos zu The Outer Worlds gibt's auf www.pcgames.de